Razor 6-4 wurde von einem örtlichen Guerillaführer befreit, der sich selbst El Tijon nennt. Na los! Wir müssen dieses Stück Dreck kriegen! Na Gott! 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 Achtung! Das ist eine Röntgenheit. Das ist eine Röntgenheit. Wir sind nah. Geht in Position und abstehend. Dann! Los! Schießen Sie auf die Fester, sobald er vorbeifährt! Jagen Sie sie, Silo! Jetzt! Feuer! Er ist erledigt! Wir sehen den anderen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist vorbei. Gehen Sie mich kurz. Keinen ganz ruhig. Ganz ruhig, okay? Hier hören Sie sie. Legen Sie sie auf den Boden und gehen Sie zurück. Sie gehört Ihnen.